Horoskop, dafür sollte sich Ihr 2023 mehr Zeit einplanen. Überraschungen, Liebe, Glück und Erfolg 2023 verspricht ein herausragender neuer Lebensabschnitt zu werden. Damit das neue Jahr in vollen Zügen und ohne viel Stress zelebriert werden kann, sollte die zur Verfügung stehende Zeit gut eingeteilt werden. Ein schönes Buch lesen, sich mit Freunden treffen oder einfach einen gemütlichen Abend. 2023 ist das Jahr, in dem Sie an erster Stelle stehen. Wofür sich Ihr Sternzeichen im neuen Jahr mehr Zeit nehmen sollte, erfahren Sie im Video. Verwendete Quelle, Instagram.com Dieses Video erschien bereits auf Brigitte D.